jetzt schon ganz am unboxing dieses mal geht es um eine ja eine karte für die und die wollte ich einfach mal zeigen das ist jetzt nichts weltbewegendes das hat so eine 3d karte so rumpelt es euch besser gefallen genau ja super morgen denke ich mal ganz schick so ganz gut aus dem design her eine schlichte karte wo wer gibt es auch noch mit dabei und findet man schick finde diese 3d karten generell ganz cool weil sie halt ja man kann sie halt irgendwo hinstellen dann sehen sie schick aus und ist halt nicht nur so eine billige karte die man halt bekommt und dann wieder irgendwo rein räumt und dann nie wieder sieht oder so sondern das sind halt mal schöne karten die man halt auch mal hinstellen kann wenn man lust und laune hat weil sie einfach auch schick anzusehen sind gut das für diese 3d karte